Hallo, ich bin Kenzie Diesley. Ich bin hier bei Cavallona, die Horse Consultant. Und das hier ist Ossifur. Es ist ein Lusitano-Hengst. Lusitano ist eine sehr alte, typvolle Rasse, die noch aus der Renaissance, im Moment auch für die Cavallerie, benutzt worden ist, wo eigentlich die Dressur dann auch herkommt. Das ist eine Rasse, die aus den elberischen Halbinseln kommt. Daraus sind die Lusitanos entstanden, die wir jetzt hier gerade sehen. Und die Andalusia. Die Lusitanos als Merkmal. Sie sind sehr geschickt, sie sind sehr kompakt. Sie wurde früher in der Cavallerie benutzt. Damals war es wirklich nutzvoll, wenn Pferde wirklich in der Menschenmasse dann mal steigen musste und durchlaufen musste, mal ausschlagen musste oder sich eben wenden musste. Und daraus sind heutzutage die Dressur entstanden und die hohe Schule, wie zum Beispiel Spanischer Schritt, der jetzt heute sehr schön ist und damals wirklich eine Verteidigungsmaßnahme war. Das Steigen oder die Levade, die gesetzte Levade, wo die Pferde mehr Kraft haben. Oder eben auch die Capriole, wo die Pferde dann ausschlagen. Wie gesagt, früher in der Cavallerie war das, um sich zu verteidigen. Heute ist es einfach eine Art, um schön zu reiten und wo auch wirklich Disziplin in der Dressur mittlerweile Turniere geritten werden. Merkmale sind auch, dass sie sehr schöne Pferde sind. Sie haben einen schönen großen Hals, sie haben große Augen, sie sind sehr typvoll, sehr charaktervoll vom Gesicht her und sie sind sehr spielerische, nette Pferde. Das heißt eigentlich in der Show hast du sie sehr, sehr vielfältig einsetzbar. Du hast sie in der Dressur, du hast sie in der hohen Schule, du hast sie viele in so Zirkuslektionen und du hast sie auch in der Freiheitsdressur, weil sie sich da frei auch sehr schön präsentieren können. Und wir werden sie sicherlich ganz häufig bei Cavallerie noch sehen.